Hi, ich zerstöre heute die Fortnite-Kiddies. Nun ja, was gibt es zu den Fortnite-Kiddies zu sagen? Meistens heißen sie Emmett oder Murat oder irgendwelche anderen Namen, sprechen einen leichten Dialekt und sind zehn Jahre alt. Alleine diese Tatsachen müssen euch schon im Kopf klar werden lassen. Wie schlimm die Lage eigentlich ist und wieso man sie nicht unterstützen sollte. Es gibt zahlreiche Streams auf YouTube, wo man solche Emmetts sehen kann. Es ging so schlimm hinaus, dass ich einen Streamer gefunden habe mal. Dieser Streamer hat seine Zuschauer immer dazu nötigen wollen, ihn zu abonnieren, sonst startet er die Runde nicht. Oder sonst darfst du nicht an dieser Verlosung teilnehmen. Junge, was ist falsch mit euch? Ihr Emmetts da draußen. Ich habe euch zerstört. Eure Internet-Szene ist komplett auseinandergenommen worden. Ganz ehrlich. Boom, 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 boom. Und außerdem habe ich kein Skript. Aber das ist ja egal, wenn man Fortnite-Kinder zerstört. Weil ihr seid eh kein Skript wert. So Leute, da ich noch keine drei Minuten habe, kommen wir zu Teil 2 der Fortnite-Kiddy-Zerstörung des Over-9000-Bosses, der diesen Satz hier nur streckt, damit er auf die drei Minuten kommt. So, und zwar geht es jetzt um ihre Mikro-Qualität. Die meisten Fortnite-Kiddies denken sich, scheiß drauf, Headset ist doch cool. Oh, guck mal da, 10 Euro. Das ist billig, das muss gut sein. Nein, ist es nicht, ihr Kleinen. Ich will keine Schimpfwörter sagen, sonst kriege ich Ärger. Schimpfwörter sind böse. Ein böser Ort und ich strecke wieder. Ich bin so fies und unchristlich, sagt Mori gerade. Okay, also, diese Mikro-Qualität, die ist... Also, wenn ihr mal in Fortnite-Streams von so 10-jährigen Emmets reingeschaut habt, dann merkt ihr, dass die Headsets nicht gut sind. Also, bitte, eine Nachricht an euch. Kauft euch keine 10-Euro-Headsets. Punkt, 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 Punkt. Oder ihr kauft euch am besten gar keine Headsets, damit ihr nicht kommunizieren könnt. Das ist meine Devise, die ich daraus schlussfolgere. Das... Sagen wir es wie es ich, sogar mein Hund hat eine bessere Mikro-Qualität in seinen Bällen als ihr. Also, was wollt ihr? Buh, jetzt seid ihr zerstört. Mein Name ist nicht Emmet und ich beende jetzt diese Audio. Ich mach es nicht so, dass ihr...